Wo sind denn die Zombies? Ah, alles klar, draußen. Gut, die kommen jetzt eh gleich. Die haben mich gehört. Aber ich bin bereit. Ich mache viel zu wenig Clips heute. Was ist da los? Ich muss mal wieder ein bisschen reinhauen hier. Ach, wenn's Kacke sind. Aber Kacke ist, ich mache immer gute Videos da.